hallo und herzlich willkommen zur playoffsteamvorstellung von strived.gg schauen wir uns das aktive roster des teams einmal an das wären devils dotox instant rannik und renzin jetzt wo wir die spieler kennen können wir uns die top vier matches einmal anschauen vertigo haben die jungs gemeistert sieben mal gespielt 100 prozentige winrate zehn von 14 pistolenrunden gewonnen und eine pistol conversion rate von 90 prozent strived und vertigo sind wie shag o'neal und kobe das funktioniert einfach miteinander danach kommt overpass das läuft bei ihnen eher so mittelmäßig danach nuke das lief auch solide und das schlusslicht ist hier das 2 hier sollen jetzt eigentlich noch zusätzliche infos zum team kommen aber entweder suche ich schlecht oder diesen einfach ein unbeschriebenes blatt deswegen hier das twitter profil bild von rannik so freunde ich hoffe es hat euch wieder gefallen jetzt kennt ihr strived.gg ein bisschen besser die benutzten statistiken sind von 1hp.de dann keine demolition liegt dass ich teil des ganzen sein darf und dann kann sakrarium geldpilot24 games und geeks energy die das ganze mit unterstützen und möglich machen ebenso danke an die teilnehmer und dann kann dich fürs zusehen bis zum nächsten mal euer syntax